Wir freuen uns natürlich, vor Weihnachten Menschen glücklich zu machen. Ich glaube, wir wollen als Darmstadt 98 oder die Spieler den Bewohnern auch ein Stück weit was schenken, was geben und ich glaube, es war eine rundum gelungene Aktion. Ich hoffe, dass wir das nächste Jahr erweitern können. Auch in diesem Jahr hat im Zeichen der Lille wirklich wieder zu viel Freude beigetragen, hat die Menschen, die hier in der Kudjan-Anlage wohnen, ganz besonders auch nochmal angesprochen, hat sie in den Mittelpunkt gerückt und ihnen gezeigt, wie wichtig sie sind. Ich finde das eine tolle Kampagne und ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bedanken beim SV Darmstadt 98, aber natürlich auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Software AG. Im Namen des Eigenbetriebs Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen freuen wir uns total, dass diese Aktion auch in diesem Jahr wieder stattgefunden hat, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Software AG unseren Bewohnerinnen und Bewohnern hier zu Weihnachten eine Freude gemacht haben. Die Lilien stehen bei unseren Bewohnerinnen und Bewohnern in sehr, sehr hohem Kurs und insofern freuen wir uns sehr, dass das geklappt hat. Vielen Dank!